Heute zeige ich euch mal den ultimativen Schminktipp for free. Puder, das richtig schön braun macht. Moment. Ja, wie, wie, wie halt Hush. Glaube ich mal, also ich kenne mich da nicht so aus. Aber ich habe halt auch immer so eine Puder im Winter. Und das ist perfekt. Brauchen wir können, weil ich habe den ganzen Schrott. Ja, und das funktioniert. Ich bin richtig glücklich. Der Dreck hier. Das, was man hier sieht. Der Dreck. Den habe ich jetzt in eine Plastikdöse packt, zergrümelt, dass sie ganz fein ist. Staubfein. Und das zeige ich euch gleich. Da habe ich schon alles rein gepackt. Da steht das Dösele. Den habe ich jetzt da in so einer Becherle gesammelt. Und jetzt pass mal auf, was ich mit dem mache. Und dann habe ich da in meinem Täschle, was wir ja gestohlen haben, was ich neu kaufen musste. Dann habe ich so einen Puderpinsel. Und mit dem kann man das richtig toll aufpudern. Ist das jetzt eine Sache? Das ist doch der Hit. Das nennt man Rouge for free. Oder Make-up for free. Das ist mein Hand. Ist das jetzt schön braun? Und richtig zart. Das fühlt sich richtig schön. Dreck aus der Natur. Und das hebt. Ich sage es euch. Das hebt wirklich richtig gut. Ja. Okay, man sieht jetzt keinen großen Unterschied. Aber man sieht es wirklich. Es ist wirklich sichtbar. Schminktipp. Für einen schönen, sonnigen Tan. Tan, sagt man Tan. Tan. Das ist doch wie Schminke, oder? Naturschminke. Nachher, vorher.